Ja, Mom und Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Das neue Chapter ist da, Leute, und wir sind gestern mit SWF reingegangen. Wir spielen also die neue Survivorin, Aestria Zah, und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein. Ich habe jetzt zwei Runden für euch, die sehr, sehr lustig waren. Ich hoffe, ihr habt Spaß, und in diesem Sinne, let's go! Hm. Ich muss sagen, ich mag die neue Stimmung hier auf der Map. Oh. Ich versuche einfach auf Krampf. Gibt's ja wohl nicht. Hat sie das gerafft? Ich hoffe, nicht. Was ist denn das für eine Gestalt? Ich bin's, Grants! Sully! Du bist doch schon länger hier. Ach komm, da hätte Rina auch hier gerne vor meinem Schrank downgehen können. Dann hätte ich wenigstens frontal nutzen können. Ah, Mike muss gleich mit Doggo. Nice. Warum klaut man mir denn immer mein Daily? Was ist mit dieser SWF-Truppe falsch? WTF? Spiel gleich mit Solo-Q, Alter. Ich bin da fein raus. Teenie, hallo, moin moin. Hm. Oh, Mann, da. So, Teenie ist mit allem durch, ey. Herzlich willkommen im Stream. Giveaways of Teenie. Falls du das neue Chapter von Dead by Daylight haben möchtest, dann... ...ist das deine Gelegenheit. Sorry, Grants! Ihr Zahusäcke! Ach, ja. Ich sehe schon, komm nächste Runde, hängt die erste Person und ich bin so danach in der Jagd und keiner traut sich hinzugehen. Mike einfach auf einer komplett anderen Daseinsebene. Oh, das ist einfach leer. Ach, Dead by Daylight, Leute. Man muss es einfach lieben. Seid ihr hier zu viert dran? Zu dritt? Nee. Alleine? Oh, da seid ihr aber ähnlich weit. Nice. Du guckst lieber zu? Alles klar. Ansonsten, Leute, Giveaways offen. Rasu, Giveaways offen. Damit du morgen schön das neue Chapter hast, mein Lieber. Rein mit dir. Ausbildung zehrt sehr an deiner Zeit. Aber läuft's gut soweit? Macht Spaß? Rasu soll lieber nochmal murmeln. Meine Murmel ist poliert, Wanne. Ich sag's, wie sie ist. Du gönnst das der Community. Alles klar. Guck mal, der Ehrenmann, Leute. Mike wird sich's vermutlich wieder kaufen müssen. Ausbildung und Spaß gibt's das. Ich hab halt immer die Hoffnung, dass man halt den richtigen Betrieb finden kann, oder? Ja, das wird auch zurecht, wer das da blockiert war, ne? Das werde ich auch. Das ist frech. Ja, wie schön, Marie. Marie macht erstmal... Marie setzt erstmal... Ich mach dich fertig auf die erlaubten Phrasen in diesem Chat. Finde ich gut. Ja, finde ich gut. Ich finde, das soll erlaubt sein. Ihr kleinen Kartoffeln. Leute, aber morgen auf jeden Fall mit Rasu und Knick wieder unterwegs. Soviel kann ich ja schon mal verraten. Wie gesagt, es könne sein, dass der Master auch am Stissel ist. Es sind alle hier am Geiern. Denke ich an Jen. Einer muss es ja tun. Ich hätte nach wie vor nochmal gerne den Anhuck. Oh Gott, guck meine Haare da rüber. Die Krähe auch hier. Meine Chance. Nichts hält sie am Boden. Also macht wieder seine sieben Bonusrunden. Ich hab's gecallt, Leute. Sieben Bonusrunden. Morgen wird's super, ey. Leute, 18.30. Ich denke mal, ich werde schon wieder ein bisschen früher live sein. Mal gucken, ob wir dann auch DVD spielen. Aber danach auf jeden Fall dann ordentlich Dead by Daylight reinballern. Aber vielleicht machen wir ja vorher noch was. Vielleicht murmeln wir uns ja warm. Wer weiß. Wenn Wanne jetzt sagt, dass es ihr leid tut, dass sie mich gerade bedroht hat, dann mach ich das vielleicht. Oh, sie kommt in der Meer. Doppelter Herzschlag. Müde! Ah! Ist das jetzt real oder nicht? Ah! Wo weiß sie, dass ich hier bin? Oh Gott! Jetzt aufsicke! Müde! Einfach mit dem Fake, Alter! Es tut mir nicht leid, dass ich dich bedroht habe. Also ein bisschen warm murmeln. Ich weiß ja nicht, Leute. Lustig wär's schon mal wieder eigentlich. Ich muss sagen, wo ich's jetzt bei RASO gesehen hab, fand ich's auch wieder richtig lustig. Ich fand aber auch diesen einen Mode geil. Wo man halt so die Leute ins Ziel bringen muss. Weißt du, was ich meine? Denk dran, gegen die Nurse-Freunde immer schön am Maprand, ne? Oh, ich glaub, sie hat mich nicht gesehen. Hey, komm her, Nurse! Komm her! Geh nochmal ein bisschen näher, zeig mich. Hallo? Hallo? Ja! Ihr nehmt die Jagd wieder auf? Ihr könnt die Jens machen, Freunde! Mach die Jens! Trick 17! Hu! Oh, sie checkt den anderen gar nicht! Later! Ich bin hier! Hallo! Ah, okay. Schade! Jukebox-Schweiner am Dienstag klingt gut. Das klappt immer wieder. Das klappt immer wieder. Oh, sie will Runde 2! Sie will Runde 2! Hä? Da ist wieder nochmal ein... Als ob das zweimal klappt! Da ist sie wieder! Oh, diesmal ist das aber wieder real, oder? Ja! Komm, renn hier drauf vorbei! Renn hier drauf vorbei! Sie hat... ...haha! Sie hat ihn zum Schrank geguckt in! Boots in dein Gesicht, du Eklige! Toxic Survivor! Toxic Survivor! Was? Wo war Rina? Nein! Oh, come on! Sie hat Rina noch weggesnackt! Das war so lustig mit der! Soll ich Lizzie... Warte mal, soll Lizzie raus oder nicht, Leute? Heute ist doch Lizzie-Sterbtag, oder? Nein, geh weg! Oh Gott! Ich konnte gerade nicht mehr das Tor fahren, weil er dann direkt Lizzie heilen wollte! Oh Gott, das wäre so bitter gewesen! Oha! Das wäre so bitter gewesen! Du Sau! Das weißt du, was das Problem ist, Lizzie? Ich wollte dann aufmachen, dann hat er dich einfach geheilt, weil du zu nah dran standst! Oh Gott, wenn du da gestorben bist! Aber ich hätte noch Deli gehabt! Ich hätte noch einmal... Ich hätte noch einmal traden können! Ja, jetzt kriegen wir auf einmal nur noch die neue Map! Was ist da los, ey? Ey, ich muss sagen, bei Hand ist halt auch gerade kein Event und so und das Angelspiel... Es macht... Leute, ich kann es ja auch nicht in Worte fassen! Weil habt ihr mich in die Farming-Sim-Spiele, oh Gott, Alter! Ich habe jetzt das Alter erreicht! Das ist aber auch eine ganz wilde Palette hier! Scheiß, die Wand echt an, Alter! Oh, Scheiße, das hat er gut gemacht! Oh, das hat er aber schlecht gemacht! JIT! Sollte jetzt aber reichen, dass ich durch das Ding ins Komme! Ja! Hat er die Skelette beschworen? Oh, ne! Hängen! Fall in die Fresse! Oh, das hat mir gerade ein Achievement gegeben! Ich bin heute Achievement-Hunter, Freunde! Der hat Bock auf jeden! Richtig Bock! Wollte abkürzen, der Sausack! JIT! Haha! Verarscht! Wuh! Ah, er hat mich auch verarscht! Ah, haha! Ich habe dich zurück verarscht! Brrrr! Wir riechen uns später! Ich kann nicht glauben, dass wir riechen uns später auf Wiedersehen ersetzt hat! Oh! Uhuhuhu! Weska! Weg, na, meine ich! Du bist ja gar nicht Weska! Du bist weg, na! Mach doch einfach dies hier, Junge! Mach doch einfach dies hier! Was ist mit dir? Hier, pass auf! Ich spiele Musik, damit er... Oh! Damit er weiß, wo ich bin! Ah! Er hat noch geschlagen! Er hat noch geschlagen! Hahaha! Oh Gott! Oh Gott! Ich werde niemals Musik spielen für Rase! Es tut mir leid, Rase! Ich kann nix dafür! Hey, wie kann man sich von dem erwischen lassen? Oh! Oh! Alter Schwede, da! Jetzt erst mal noch schnell ne 20 würfeln! Ah, shit! Ah, war schon ne gute Jagd, muss man sagen, ey! Ein schöner Chase, oder? Danke, danke! Aber ich hab nicht einmal Musik gespielt! Das ist halt schon wieder das Traurige! Da ist er! 16! Okay, Leute, pass mal auf, wie wir denn jetzt playen! Hat er mich überhaupt gesehen? Ich glaub nicht! Ich kann hier noch nen Legendary kriegen! Ah! Ah! Aua! Marv! Junge! Oh no! Oh Gott, Freunde! Oh! Hahaha! Okay, okay! Schade! Aber war schon schön! Haben wir schon gut gemacht, Leute! Ach ja! Schöner Chase! Und noch ein Simpsons-Zitat, oder? Das muss man halt erstmal schaffen! Aber jetzt lässt er mich sogar liegen, Leute! Den Nöden-Joyer! Vielleicht hat er noch nen Nöd! Vielleicht will er mir noch gönnen! Man weiß es nicht! Danke! Franzi hier wieder mit der Rückenmassage, Leute! Oh, Franzi, dein Auge ist auch nice! Der hat das Auge gekriegt! Ja, jetzt lässt er mich einfach liegen, so! Oh, okay! Dann nimm' wir die Jagd wieder! Ja! Äh! Ja! Der ist richtig motiviert! Das schaffe ich jetzt noch mal Was? Er hat das Messer geworfen Trickster bist du's Ich hätte schwören können, dass ich das noch mal schaffe Wenn ich ehrlich bin, er lässt mich wieder liegen Weiß ich, was mit ihm los ist Vielleicht ist das so sein Respektzollen Du hast mich gut geplayt Ich werde dich nicht aufhängen Als Belohnung Keine Ahnung Hey Q Na, was geht? Arbeitslurk, oha Gönn dir Boah, zwei Leute erwischt Ich glaube ich wieder auf mich Oh, da muss ich so rum Wer hat dann die Scheckpalette nicht gezogen? Okay, ich dachte gerade, die wäre weg Der Arme Tut mir halt schon ein bisschen leid, wenn ich ehrlich bin Oh, ich hab sogar noch gedrückt Frech So, die anderen sind wieder fleißig Ich war nur in Verfolgungsjagden Ich war nicht einmal im Generator, oder? Der hat mich einfach zu fressen gern, Leute Der ist einfach ein Grants Enjoyer Einfach ein Grants Enjoyer So, jetzt Ausgang aufmachen und dann mich abhaken, bitte Ausgang ist direkt hier hinter mir Und da, das schaffen wir Easy Easy Okay, das ist jetzt mutig Okay Ich mein, Hilefi hat ihn ja auch noch nicht Ja, und die Klampfe spiel ich im Ausgang einfach Einfach im Ausgang spielen, damit Rausen nochmal sein W20 hier gleich sieht Und dann wird der Ententanz aufgeführt, Leute Warte, ich muss schon mal ein Jen gewesen sein Weil guck mal, meine Sprengfalle ist minimal Äh Das ist jetzt wild Okay, da wird gerettet Aber das wird nur ein Trade, genau Ja, wir müssen rein Wir müssen über die Außenbahn hier gehen Oh, das müsste eigentlich klar gehen dann, wenn wir mit mehreren Leuten jetzt hingehen Ja, die Geister treffen häufiger, als ich irgendwie erwartet hätte, muss ich sagen Okay, die Heinen-ass Ja, nice Okay, ich frag mich so langsam, was der Plan ist Wenn ich ehrlich bin Ich hab die ganze Runde so hart reingedjukt Damit sowas passiert Ich weiß ja nicht Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt hab, wenn ich ehrlich bin Also wir kommen raus, aber Weiß nicht, ob's alle schaffen Ja, die wollen meinen lauten Spiel scheinbar nicht mehr hören Ich werd ja einfach jetzt liegen gelassen Frech So, mich kriegt der, glaub ich, aber nicht, oder? Tank, 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 tank Ach, verdammt Okay, dann nehm ich die Luke, Jekgelsen Okay, ich nehm die Luke nicht DJ Muss mir jetzt schon aufsammeln dann Dann krieg ich Richtung Ausgang Ach, so schön Hey, guck mal, ich bin aber unmaid Ich hatte auch einfach gehen können Und er hat den bekommen, den er die ganze Runde überhaben wollte wahrscheinlich Gut heruntergespielt, würde ich sagen Ja, also, ich weiß nicht, was da jetzt am Ende passiert ist, wenn ich ehrlich bin Es war eine Person am Haken Und auf einmal lagen vier Leute Also das ist irgendwie immer so ein Ding Da frag ich mich, was passiert hier eigentlich Ach ja, Gigi, Weska Ich sag mal Weska, keine Ahnung Gigi, weg, na So, Gigi Was war das bitte für ein Ende, Leute Ach, du Heilige Was da schon wieder passiert ist, Leute Wenn ich das nicht im Video festgehalten hätte Mir hätte es doch niemand geglaubt Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den beiden Runden Und falls es so ist, dann freue ich mich natürlich wie immer Wenn ihr einen Kommentar da lasst, wenn ihr einen Like da lasst Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag Vielen Dank für die Aufmerksamkeit Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video Bis dahin, haut rein Ciao, ciao